Überraschendes Team-Comeback von Roman Wallner, nachdem Rubin Okotje verletzungsbedingt ausfällt. Der Rubin hat schon große Probleme, 4-5 Wochen lang im Knie, der Entzündung im Knie, Seitenband. Es spielt immer mit Schmerzen und es ist einfach nicht mehr gegangen. Ich habe drei Minuten vor der Halbzeit gesagt, es muss gewechselt werden. Ich habe gesagt, halt durch bis zur Halbzeit. Er wird sicher nicht zum Team fahren können. Er braucht eine Vasier, eine Injektionskur oder irgendwas, dass die Entzündung weggeht. Es ist, glaube ich, nichts Ernstes, weil es ja keine Verletzung ist vor einem Schlag oder einer Verdrehung. Es ist einfach eine Überlastung des Bandes. Obwohl nur als Freundschaftsspiel angesetzt, nimmt man beim ÖFB das Match genauso ernst wie die Spiele zur WM-Qualifikation. Was ist der Unterschied von einem Freundschaftsspiel, dass man das vielleicht lockerer angeht, wie er lockerer, wie er Qualifikationsspiel spielt? Für mich ist das eine Qualifikation für jeden Spieler, dass er weiterhin dabei ist. Ich kann auch nicht, wenn jetzt einer irgendwo aufzeigt, beim Trimmler, wir haben jetzt eine Ausnahme gemacht, gleich einen anderen dazunehmen. Und der andere, was dabei war, vielleicht bei einem nicht so schlechten Spiel in Serbien weggeben. Es sind halt einmal mehrere Spieler, es kommen immer mehrere Spieler in Frage, das ist eigentlich gut. Aber dabei kann es natürlich auch passieren, dass der eine oder andere ausrutscht. Im Endeffekt ist es so, dass jedes Spiel gleich wichtig ist. Noch dazu in der Phase, wo wir sind, aber ich glaube, es gilt das Gleiche. Wir haben den anderen beiden Spielen davor, vielleicht mit der Chance, dass der Teamchef das eine oder andere probieren kann, was er vielleicht in einem Qualifikationsspiel nicht machen kann. Kamerun ist eine Mannschaft für mich unter die drei bis fünf besten afrikanischen Mannschaften. Jetzt kann man sagen, wir spielen gegen Afrikaner, aber ich glaube, dass auch jeder immer wieder dazulernt, ob das gegen afrikanische Mannschaften ist oder gegen südamerikanische. Wenn wir glauben, wir sind jetzt gut, weil wir in Serbien halbwegs gespielt haben, dann schaut es schlecht aus. Und wenn wir wieder Vollgas geben und da wieder anfangen, werden wir gegen Serbien eingegangen sind mit der Einstellung und auch gegen Rumänien, dann glaube ich, wird das Ganze gut spielen. Nach den letzten Achtungserfolgen für unser Team sind wir auch gegen Kamerun der leichte Favorit. Bei Tipp 3 kassiert man für einen Sieg der Rot-Weiß-Roten den 2,55-fachen Einsatz als Gewinn. Genialität, das musst du alles, die ich mir so reingeschlichen habe. War gescheit für das, gell. Durch nichts erfährst du mehr über die Form von deinem Fußballer, als was ihn schon richtig durchgeleitet hat. Edi, dein Talent, der hat sich schon mal gesprochen. Ja, der Platzwart braucht auch eine Massage. Ciao, ciao.